Musik Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Erichs Talk hier aus meinem Studio in Hamburg-Schenefeld. Heute zu Gast, wie soll man anders denken, auch ein Steuerberater, aber auch ein etwas anderer Steuerberater. Ich begrüße recht herzlich, 500 Meter von der Kanzlei entfernt, Dennis Schümann. Moin zusammen, oder wie ich immer sage, moin liebe alle. Danke, dass ich mal als Nachbar vorbeikommen durfte und dass wir uns endlich treffen können, obwohl wir gefühlt schon sehr, sehr lange Nachbarn sind. Ja, wir sind sehr lange Nachbarn und ich glaube, du kennst mich viel, viel länger, als ich dich kenne und zumindest namentlich. Und da kommt meine erste Frage auch klassischerweise in dem Talk immer her. Wo haben wir uns das erste Mal kennengelernt bzw. wann sind wir das erste Mal in Berührung getreten? Weißt du das noch? Sehr genau, weil das war beim Dativ-Kongress. Jan Delay hat da, glaube ich, gespielt. Das war geil, ne? War ziemlich gut, ja. Und vor allem, ich wollte schon immer mal bei so einem Firmen-Event sein. Ja. Wollte dann mal so wie bei Volkswagen, wenn sie Bobby Williams einladen oder dachte, da muss ich unbedingt mal, will ich auch mal haben. Und das ist ja der Vorteil, dass ich im Gründernetzwerk bin, da habe ich nicht mal was für bezahlt. Ich durfte auch umsonst hin. Und da wir nun mal Nachbarn sind und du ja doch ein bisschen viral gehst mit deiner 25-Stunden-Woche, dachte ich, ne, spreche ich dich mal blöd von der Seite an. Und da habe ich mal meine Schüchternheit so ab halb zwei überwunden. Und dann haben wir uns halt kurz ausgequatscht und zudem habe ich halt mit einem eurer Auszubildenden dann lange Zeit in Scheneffeld zusammengearbeitet und dann warst du ja ganz nett. Und seitdem sind wir ja immer lose in Kontakt und wollten immer mal auf einen Gin oder Mescal uns treffen und jetzt quatschen wir vorher. Aber das ist ja auch passiert. Ja, genau. Wir werden nachher noch schön ein nettes Essen zu uns nehmen. Ja, toll. Halt die Frage mal. Machst du einmal hier hinten ganz ein bisschen deine Haare auf der anderen Seite. Genau, auf der ein bisschen anklatschen, hätte ich fast gesagt. Ja. Anders hinsetzen, geht das besser dann? Nee, nee, nee. Die Stühle sind aber schön. Du weißt die Frage noch, Erik. Ja, toll, dass wir heute wirklich hier sind und das geschafft haben und auch ja relativ schnell und spontan das gemacht haben. Wir sind ja doch über Xing und Social Media so ein bisschen im Kontakt. Nee, ich war da beim Dativ-Kongress auch in Berlin und ich fand es super mit Jan Delay und das war eine super Veranstaltung, muss man wirklich sagen. Da ist wirklich so, die Dativ lässt sich ja nicht lumpen bei solchen Veranstaltungen und okay, bei den Umsätzen, wenn wir da das machen, ist es auch völlig gerechtfertigt, dass man Jan Delay auftritt. Und ich weiß nicht, ob du dich an Jan Delay an das Konzert daran erinnerst, als er in Hamburg brennt noch Licht performt hat. Er hat so ein bisschen angespielt auf Berlin und nee, auf St. Pauli brennt noch Licht, so heißt das, St. Pauli brennt noch Licht. Er hat ja ein bisschen angespielt auf Berghain, also wer das nicht weiß, googelt mal Berghain in Berlin. Das ist so ein spezieller Club in Berlin und da hat Jan Delay ganz trocken gesagt, ihr habt Berghain und wir haben einen ganzen Stadtteil und der heißt St. Pauli. Und da haben wir schon den ersten Anknüppspunkt an dich, Dennis. Was sagt dir St. Pauli? Ja gut, St. Pauli ist halt für mich eine besondere Angelegenheit, weil ich halt letztlich auf dem Kiez sozialisiert worden bin. Ich war Vertragsammateur bei St. Pauli, war sechseinhalb Jahre im Verein. Ich wollte eigentlich als Plan A letztlich Fußballprofi werden und dann am liebsten bei St. Pauli, weil das einfach so am besten zu mir und meinem Wesen und so Einstellung von wie man das Leben so nimmt passt. Aber ich muss leider dann, kann ich jetzt hier offen, das ist ein riesiges Outing, da habe ich extra bei dir gewartet. Ich bin aber HSV-Fan. Du bist HSV-Fan? Ja, ja, also das ist ja mal so, dass man nun mal leider, es gibt ja auch diese komische Schals, Danke Vater und so, so weit würde ich nie gehen. Aber es ist halt so, dass du, mein Vater ist nun mal großer HSV-Fan, mein Bruder und mein Vater hat zufällig auch am 25. Mai Geburtstag und dann fällt uns ja sofort der 25. Mai 83 ein. Und da war ich sieben Jahre alt, das war nicht meine erste Fußballerinnerung, aber es war halt so, da haben dann die ganzen Erwachsenen um Fernseher und das habe ich noch nicht so verstanden, aber das war halt so. Und man kann sich den Fußballverein nicht aussuchen, ich meine als HSV-Fan weiß das jeder selber, dass man da halt einfach am meisten leiden kann. Und das ist halt auch, das macht die Sache halt auch dann irgendwie zu einer gewissen Leidenschaft. Und als dann halt, ich bin nun mal in dieser zwischwältigen Lage, dass ich es mit beiden Hamburger Vereinen halte, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Darf man eigentlich auch, glaube ich, nicht, wenn man das als Fan... Ich glaube, man wird, also für die Zuschauer, die nicht aus dem Hamburger Raum kommen, man wird entweder HSVer bei Geburt oder man wird Paulianer. Oder wenn es ganz doof läuft, wird man ein Bremer Fan. Ja. Und dann gebe ich mal den Karlauer zum Besten, was ist das Beste an Bremen? Die Autobahn nach Hamburg. Also, zu St. Pauli, ja, das ist natürlich ein Punkt, bei St. Pauli anzufangen, zu spielen, HSV-Fan zu sein. Aber trotzdem ist das ja, ich meine, man muss sich mal überlegen, wie viele Profis haben wir in der Bundesliga, wie viele Profis haben wir mit der dritten Liga zusammen. Also das, was du da ja mit deinem Talent geschaffen hast, das sind ja marginale Prozentzahlen im Fußballerbereich. Was hat nicht geklappt mit dem Profi sein? Naja, zum einen waren das noch die 90er, da gab es noch nicht so inflationäre Berater, weil die hätten mich sonst wie Sauerbier, was weiß ich, noch irgendwo in Timbuktu angeboten und so weiter. Ich hatte auch mal ein Angebot aus Herzlark, aber wenn wir ganz ehrlich im Emsland mit drei Jahresverträgen unterschreiben, dann bleiben die auch lieber in Hamburg. Am Ende habe ich mir im letzten Vorbereitungsspiel, meinem zweiten Regionalliga-Jahr, das war damals die dritte Liga, die Innenband im rechten Knie gerissen und bin dadurch dann halt aus dem Kader rausgerutscht. Und dann musste ich immer wieder von der Bank kommen und am Ende war ich halt immer jemand, der auch wusste, dass ich auch dank meiner, ja, meines Lehrers, ich war damals ja noch Abiturient, habe ja schon über Lohnsteuerkarte Fußball gespielt. Ich war ein Schüler, der schon Lohnsteuer gezahlt hat, das sind meine ersten Berührungspunkte, zur Steuer waren da schon dann da und dann war es halt so, dass ich dann irgendwann keinen Bock hatte. Und dann mein Lehrer sagte mir, Dennis, wenn du jetzt Heizungsbauer werden müsstest, dann setzt alles auf die Karte Profifußball. Aber er sagte, du hast auch ein gewisses Intellektuelles Talent, du musst dich nicht krumm machen und verbiegen lassen, bleib so wie du bist, du wirst dein Weg gehen. Und dann habe ich mir halt auch immer sehr da die Freiheit genommen und dadurch, dass es damals noch, das sind Fußballspezialitäten, aber früher durften ja nur 16 Leute auf der Bank sitzen. Und bei St. Pauli, weil wir so viele junge Leute hatten, gab es dann immer noch zwei Gnadenplätze, das war Platz 17 und 18, die konnten nicht eingewechselt werden. Ah, die durften sitzen? Ja, die durften dann mit auf der Bank, durften sich das umziehen, durften dann auch am Millern-Tor dann ein bisschen eine Halbzeitshow mitmachen und so. Und vor allem waren die an der Prämie beteiligt, es gab dann auch noch eine Prämie, also es war so eine Art Gnadenbrot, aber es war halt, wenn du ehrgeizig bist, hast du dich eigentlich nochmal so wie ein Schlag im Gesicht hat sich das angefühlt. Und da war dann halt ein Oasis-Konzert freitags abends. Und Oasis in der Freiheit zu sehen war wahrscheinlich sehr einmalig, weil die sehr schnell sehr groß geworden sind. Und dann bin ich dann da hingegangen zum Trainer und sagte, du, Kurt, Kurt Hesse, du, ich habe da jetzt Karten und so weiter, ich würde gerne auf das Geld verzichten, eingewechselt werden kann ich nicht. Und würde dann halt in der Halbzeit rübergehen, habe mir die erste Halbzeit angeguckt. Und dann hat er so wie so Väter so reagieren, er hat gesagt, ja, wenn du meinst, dass das das Richtige ist, um mir ein subtil ein schlechtes Gewissen zu machen. Und dann dadurch war es dann halt auch immer, und das andere Problem dabei war, er war als Trainer halt so, dass er auch gerade neu in den Job gekommen ist, war als Co-Trainer, Cheftrainer geworden und brauchte unbedingt Erfolge. Und deswegen war die Jugendförderung, die eigentlich Hauptaugenmerkler sein sollte, da nicht das Wichtigste in dem Moment. Und er war noch ein bisschen jung und unerfahren, hat sich von erfahrenen Spielern in die Irre leiten lassen, so meiner Meinung nach. Aber in der Rückschau war ich dann am Ende auch nicht ehrgeizig genug und habe dann am Ende nicht alles dem Fußball untergeordnet. Und am Ende sind es Nuancen und ja, ich bin glücklich so, das hier zu sein. Und auch die Entscheidung, St. Pauli zu verlassen, war in dem Moment richtig. In der Rückschau war sie sicherlich falsch. Aber damals hatte ich auf jeden Fall den Verein dann verlassen und habe dann dann irgendwann zwar immer noch gedacht, vielleicht kommt noch mal einer um die Ecke. Aber wie gesagt, ich habe Fußball immer gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat und den habe ich verloren. Und dann macht das auch keinen Sinn, das weiterzumachen. Das ist ja cool. Naja, jetzt bist du ja nicht Fußballprofi geworden, aber du bist Steuerprofi geworden, sozusagen. Naja, also Profi in unserem Berufszweig, da bin ich mal vorsichtig, weil das ist so ein Berg und so eine Masse. Deswegen versuche ich da immer eher demütig zu bleiben und sage, ja, mittlerweile habe ich eine gewisse Berufserfahrung, auch sogar mittlerweile das steuerliche Bauchgefühl und weiß, wo ich reinpiepen muss und so weiter und so fort. Aber ja, ich bin sehr glücklich. Hätte ich damals nie gedacht, wenn ich den 18-jährigen Dennis gefragt hätte, dass ich irgendwann mal Steuerberater sein werde, ich glaube, ja, ich weiß nicht, was der 18-jährige Dennis dann mit mir heutzutage getan hätte. Ja, aber ich bin, wie gesagt, ich liebe diesen Beruf. Das kann ich, tatsächlich habe ich so in den letzten zwei, drei Jahren gerade dann so gestellt und es macht mir total Spaß, weil es sehr kommunikativ ist, wir haben mit Menschen zu tun, wir haben mit tollen Unternehmern zu tun und wir müssen nicht jetzt sozusagen ein Rohr wechseln und wissen, wie Handwerksbetriebe funktionieren. Ich muss nicht bei Amazon Seller Central komplett in- und auswendig kennen, weiß aber, wie der Online-Handel funktioniert. Und vor allem finde ich das besonders Schöne, dass wir eigentlich ja auch tatsächlich eine Vertrauensperson sind, natürlich nicht so wichtig wie der Hausarzt, aber das kennst du auch durch die Kanzlei deines Vaters besonders, dass man halt in die nächste Generation überleitet und so, dass man halt tatsächlich auch an dem Leben der Menschen teilhaben kann. Man lernt einfach coole Menschen kennen und auch coole Lebensentwürfe und das ist einfach spannend, ohne dass ich das alles selber, ich habe ja nur dieses eine Leben, deswegen kann ich mich alles selber durchspielen. Ja, klar. Und von daher habe ich da sehr viel Freude dran. Ich sage immer so, wir haben immer viel gefährliches Halbwissen. Ja, und trotzdem treten wir ja souverän auf und wissen, das zu managen und das ist halt die große Kunst. Und am Ende ist es halt aber auch, und das macht tatsächlich einen guten Steuerberater aus, das haben wir ja vorhin ja schon auch kurz angesprochen, dass wir genau wissen, wann wir dann spezialisierte Kollegen ranholen sollen. Ob es jetzt unsere Umwandlung waren, die wir vorhin hatten, oder auch jetzt in Krypto. Ich meine, jeder hat da so ein Halbwissen, aber wie gesagt, am Ende. Und ich meine, ja, der Steuerberater von Uli Hoeneß hatte auch ein gefährliches Halbwissen und siehst du, wo das führen kann. Ja, das ist immer das Problem. Ich sage mal, Peter Graf, der war ein paar Jahre mehr hier am Knast. Stimmt. Den wollte ich jetzt nicht ins Felde führen, weil ich dachte, den kennt gar keiner mehr. Ja, also für die jüngeren Leute hier in der Runde. Peter Graf, der Vater von Steffi Graf, der hat diese tolle Steuertricks für Steffi alle entwickelt und mit so tollen Berufskollegen von uns. Und ja, der ist dann irgendwie so ein paar Jahre im Bau gelandet. Aber das nur so am Rande. Ja, aber du bist ja zum Steuerrecht gekommen und du hast schon den Anknüpfungspunkt gegeben. E-Commerce, da kommen wir nochmal drauf. Ein spannendes Thema in der heutigen Zeit und ein sehr großes Business-Thema in unserer Branche, wo man sich darauf spezialisieren kann und natürlich auch relativ viel Geld mitverdienen kann, aber auch mit vielen Risiken verbunden. Aber du bist ja ein später Steuerberater. Ja, ja, ich bin eh in allem ein bisschen spät berufen. Ich bin da ja mehr oder weniger auch reingestolpert. Ich hatte, wie gesagt, was ich erzählt hatte, dass ich ja schon als Schüler Steuern gezahlt habe, auch in die Sozialversicherung eingezahlt. Ich wusste dann, als die Fußballgelder dann nicht mehr so aufs Konto kamen, sondern das ging ja auch gerade durch die Medien, dass da ja sehr viel eventuell direkt bezahlt wird. Ja. Und wenn das nicht aufs Konto geht, dann musste ich mir halt irgendwann einen Studentenjob suchen. Da bin ich dann auch irgendwie in die Sozialversicherung reingerutscht. Dann ging das in die Pleite. Dann hatte ich halt einen Anspruch auf eine Umschulung. Und da ich ja von einem der schönsten Landflecke Hamburgs komme, der eigentlich gar nicht mehr zu Hamburg gehört, weil es eigentlich schon der Gemüsegarten ist, der die Firma Marsch landet, ich bin am Zollenspiegel-Hauptgleich aufgewachsen, immer einen Ausflug wert. Und da gibt es so ein Osterfeuer. Ja. Und Mattenfoss, liebe Grüße, der ist auch noch im Steuerberaterbüro. Das ist einer, mit dem habe ich in der Jugend Fußball gespielt und so weiter. Und mit dem bin ich dann, das ist so wie Klassentreffen, weißt du, das ist ja das Gleiche, wie wir jetzt hier in Schenefeld auch geben. Ja. Und da gehst du dann hin, triffst die ganzen Leute aus deinem Dorf und ja, dann wird da irgend so ein Holzberg, natürlich politisch korrekt, nicht mehr so wie die anderen Bauern da ihr ganzes andere Holz verklappen. Und naja, dann geht man da, damals gab es die Dorfdiskotheken noch, dann geht man da zu seiner Dorfdisse. Und da habe ich ihm dann so mein Leid geklagt, ja, irgendeine Kaufmannsgehilfengeschichte müsste ich wohl machen und so, weil mein Jurastudium wollte ich nochmal komplett durchziehen. Und dann sagte er mir, da hatten wir ja schon leicht ein oder drei geistige Getränke zu uns genommen. Und dann sagte er zu mir, mach doch so wie ich in Steuern. Und dann sagte er, Bestatter, Friseure und Steuern wird es immer gehen. Und so, ich war da also Anfang 20, das war für mich unschlagbar, krisensicher. Ich habe ja Jura studiert, dachte, das zu subsumieren, habe ich gelernt, Kleinscheine hatte ich, das wird schon werden. Und dann bin ich dann zu meinem Sachbearbeiter gegangen und sagte, ich möchte Steuerfahre Angestellter werden. Dann durfte ich sogar noch so einen Test beim Arbeitsamt machen, ob ich neurologisch überhaupt geeignet wäre, diese Ausbildung zu bestimmen. Neurologisch überhaupt geeignet? Ja, also neurologisch ist wieder das Wort, aber die haben mich tatsächlich getestet, so einen kleinen Pseudo-Intelligenztest, ob ich überhaupt diese Umschulung bestehen würde. Da musst du dann so, ja, und da musste man nach Harburg seinerzeit, das war wahrscheinlich die einzige Arbeitsamt, hieß es damals ja noch, die so diese Bildschirme hatten und so. Und da musste man dann mal so ein paar Zahlen rein und so. Und da war ich dann doch tatsächlich für geeignet, für die Ausbildung des Fachangestelltens. Und dann bin ich da zur Groneschule eingegangen und da habe ich den Fachangestellten dann in 18 Monaten gemacht. Das ist ja das Schöne an Umschulung. Und du kriegst dein Unterhaltsgeld, das kommt ja jetzt wieder, das wurde dann ja wegen Harz ein bisschen abgeschafft. Und dann war ich dann halt im Juli 2004 Steuerverangestellter. Und wie man dann ja so ist, will man dann ja innerhalb von sieben Jahren Steuerberater sein. Erstmal als gescheiteter Jurastudent, akademische Karriere nicht gemacht und so, jetzt will ich ja schnell Steuerberater werden. Dann hatte ich auch den Plan. Ja, aber wie das Leben so ist, ich war damals schon mit meiner damaligen Frau zusammen. Ja, dann habe ich die vier Jahre beim Fachfeld, waren auf einmal vorbei. Dann kam unser Sohn, dann kam unsere Tochter. Na ja. Dann waren die schon weg und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich die zehn Jahre voll. Das wäre dann ja Theorie des 2012 so der Fall gewesen. Und wie das Leben so will, kam dann das dritte Kind. Und ja. Passt wieder nicht. Ja, also nicht so ganz. Und das passte mir da auch ganz gut in Kram. Und dann war es dann so, dass ich dann immer damit mal, ich habe mir auch mal Lehrbriefe so bestellt, um mal zu gucken, wie da die Anforderungen sind, weil ich das halt immer noch mal machen wollte. Und zu gucken auch, ob ich die Prüfung bestehe. Und dann habe ich mich tatsächlich kurz entschlossen, 2017 dann mal zu so einem Kurs angemeldet. Mal quergeschossen, wo hast du die Vorbereitung gemacht? Bei Steuerfachschule Dr. Banners. Bei Banners, ja. Und ja gut, die Auswahl fiel auf Banners, weil da können wir wieder den Kreis zu St. Pauli schließen, weil ich damals, einer der Dozenten, war der Vater meiner damaligen Freundin. Bei St. Pauli, war sozusagen mein Ex-Schwiegervater. Ja, okay. Ich wusste nur, dass er Professor ist, aber der war an der NOA und hat dann immer die Diplom-Finanzwerte an den Umsatzsteuer ausgebildet. Das wusste ich aber erst viel, viel später, weil wenn ich das früher in meinen Beruf gewissen hätte, dass ich so einen kurzen Draht glorreicher St. Pauli-Fan, dadurch war ich immer Lieblingsschwiegersohn. Ja. Und dass ich, wenn ich den dann gehabt hätte, da hätte ich natürlich ganz kurz, auf kurzen Dienstag, ich hätte sehr viel Recherchearbeit gespart. Ja. Und naja, und deswegen wollte ich da hin und so weiter. Und dann habe ich mir das didaktisch alles einmal durchgebucht, weil jeder Anbieter hat ja sein eigenes didaktisches Konzept. Und dann habe ich gedacht, dann ziehe ich das mal so durch. Und dann bin ich, habe einen Samstagskurs extra gemacht, war aus Schenefeld immer unter die Woche in die Stadt. Ein bisschen nervig gewesen. Ja, und dann habe ich mich da, war immer da. also ist aber, muss ich ganz ehrlich sagen, bitte versteht das nicht falsch, wenn du dann drei Kinder zu Hause hast und dann so, und dann jeden Samstag einfach nur ganz einfach, dass man nochmal die Theorie von der Pike auf mitgeteilt ist, war sehr entspannt für mich. Also ich habe das sehr genossen, habe sehr viele coole Leute kennengelernt und so. Und gut, dass die alle ein bisschen ein Ticken jünger waren, das hat mich ja nicht so gestört. Aber ich war dadurch dann halt... Du warst der Stubenälteste. Ja, ja, ich war dann, ja, ja, so ein bisschen, ja, doch, so ziemlich. Und ja. Aber Respekt, ich meine, wir wissen ja alle, und das ist ja auch, ja, wissenschaftlich bewiesen, je älter wir werden, je schwerer tun wir uns mit neuen Stoffen und neuen Prozessen, die zu lernen. Und denn so ein komplexes Thema, wie das deutsche Steuerrecht, ich sage mal, in diesem hohen Alter, denn sich zu verinnerlichen, ich meine, das zeugt schon von echt dicken Eiern. Ja, wie gesagt, ich wollte es immer mal wissen, ob ich die Prüfung bestehe. Und ich habe dann da den Jungs auch da so, oder den Mädels natürlich auch erzählt, dass ich auch das Jahr am Ende, weil du kriegst ja dann so einen Lehrbrief und all so einen Quatsch, acht bis zwölf Stunden, ich habe drei Kinder, ich habe einen Vollzeitjob gehabt, wie soll ich das denn machen, unter der Woche noch nachträglich zu lernen? Und man macht das vor der ersten Vorlesung, bereitet man sich ja noch vor, dann ist man dann ja im Tagesgeschäft gefangen. Und ich habe dann gesagt, so ganz ehrlich, ich habe gesagt, den ersten Weg mache ich mal so, dass ich das so mache, wie ich denke, dass ich das hinkriege. Oster oder so, oder Hutdecker, was man da ja so macht. Oder Henssler in Süddeutschland. Ja, genau. Wo der alte Henssler noch bei den Autos von den Kommilitonen, die da studiert haben, Kreide gezogen hat und kontrolliert hat, ob die sich nicht bewegt haben abends. Also der Henssler, das wissen ganz viele, ist nicht Steffen Henssler aus Hamburg, sondern Steuerrechtsseminare in Bayern. Das ist die ganz harte Schule gewesen. Wer da war und das bestanden hat, Respekt. Aber es ist nicht da, wo du auch fast eingeschlossen wirst und eigentlich nur Wasser trinken, da hast und so. Ja, so ungefähr. Also da musst du schon echt devot veranlagt sein, wenn du da die Schuhe aber da gemacht hast. Aber du bist fachlich hinter gut gewesen, weil du alles ohne Gesetz gemacht hast. Ja, ja, also. Und das fand ich bei der mündlichen Kursung in Schleswig-Holstein angenehm, weil es ohne Gesetz war. Und ja gut, ich meine, ich habe ja nun auch schon zehn, zwölf Jahre Berufserfahrung gehabt und ich hatte auch als Fachangestellter und das fand ich immer das Schöne an dem Beruf, dass man das alles alleine machen konnte. Also wenn man da konnte sich die Sachen selber, man kann eigenverantwortlich die Mandate betreuen und so weiter. Man hat sich immer nur das Go von seinem Chef abgeholt, weil man es so machen wollte. Und man konnte selbstständig arbeiten. Und vor allem, wenn ich dann mal vielleicht am Donnerstag zu lange bei einer Besprechung beim Fußball war, dann war da Freitagmorgen halt mehr so zähes Zahlen. Man hat mich in Ruhe gelassen, weil man wusste, das ist gar nicht alles. Und ich hatte halt immer die Neigung, dann auch mal ein paar Sachen mir eigen anzulesen. und deswegen war es dann sehr, sehr schön für mich, dass halt auf diese ganze Praxiserfahrung immer die Theorie danach richtig raufgegossen worden ist. Und von daher fand ich das dann, also ja, statistisch gesehen sind es ja nur 25 Prozent. Ich war nur Fachangestellter und dann bin ich noch schon so scheiße alt. Also von daher, ne, also ja gut, aber ich habe es dann beim ersten Durchgang bestanden und war nur witzig in der mündlichen Prüfung, weil die waren alle ein bisschen jünger und die haben sich eher in Definition geflüchtet und dadurch, dass ich halt diese, was wir vorhin schon hatten, diese praktische Erfahrung, dass man einfach redet, um seine Gedanken zu ordnen und so weiter. Ich habe mich immer in Argumentation geflüchtet. Ja. Und dann von daher, das war dann auch ganz entspannt und jetzt bin ich halt seit 2009 bestellt und jetzt... 9 oder 19? 19, Entschuldigung, ja, und 19 bestellt und jetzt probiere ich mich halt noch mal ein bisschen aus in der Steuerberatung und gucke, was mir Spaß macht. Ja, du hast ja auch jetzt ja ein paar Jahre gearbeitet bei unseren Steuerberaternachbarn, also ehemaliger Kanzlei Budde und Heidenreich. Es gibt hier in Schenefeld zwei sozusagen, ich sage mal, Gründungssteuerberater. Budde und Heidenreich waren die ersten hier in Schenefeld und mein Vater, auch ihre Erichsen, wie ihr wisst, war der zweite. Und da bist du dann ja gelandet und da kommt ja auch der eine Anknüpfungspunkt, was am Anfang gesagt wurde. Mein ehemaliger Auszubildender, Armin, ist dann bei Budde Heidenreich gelandet und so kommt das wieder zueinander. Ja, eben. Und Armin, wie gesagt, war dann tatsächlich mal das erste Mal ein männlicher Kollege für mich. Ja. Weil ich sonst tatsächlich immer nur als einziger Angestellter mit Frauen zusammenarbeiten durfte. Und das ist halt sehr schön, aber auch sehr, sehr speziell. Und man muss... Also ich habe unter Frauen gelernt. Ja, ja. Ich will jetzt hier nicht irgendwie auf zünnes Eis nicht mehr geben. Ich auch nicht, aber es ist halt... Ich glaube, man weiß, was man meint. Ja, also am Ende war es schön, aber es ist auch nicht immer ganz leicht ab und zu gewesen. Ja, ja, genau. Ja, toll. Und ja, Budde Heidenreich, 500 Meter von mir entfernt, wohnst du hier in Schenefeld und hast ja auch noch, wie erzählt, nebenberuflich eine kleine One-Man-Show-Kanzlei sozusagen. Ja, das hat natürlich zwei wichtige Beweggründe. Nein, also zum anderen bin ich dadurch natürlich im Gründernetzwerk der DATEV, sonst hätten wir uns ja auch nie kennengelernt. Nee, genau. Also passt das schon. Und ich habe ja nebenbei, das ist ja so, dass man immer Freunde hat, die einen ehemal fragen und so weiter und die sind ja auch ein bisschen unternehmermäßig und das war mir klar, dass ich, sobald ich denn den Titel habe, dass ich immer sofort mir eine Lizenz, eine Software hole und dann mich auch nebenberuflich niederlassen werde, damit ich denn die Leute... Und das ist halt sozusagen ein bisschen, ja, Hobby ist jetzt zu viel gesagt, ich mache das schon ernsthaft, aber es ist halt, da kann ich halt, da hat eine sehr strenge Tür, sage ich mal. Ich habe auch nicht wirklich, außer mein Smart-Experts-Auftritt, habe ich nicht, keine Homepage und so, das mache ich einfach nur für Freunde und so weiter und durch ganz normales Empfehlungsmarketing, dass ich dann halt den Leuten, wo ich meine, wo ich auch Bock drauf habe, die zu beraten, mit denen mache ich dann noch was und das ist halt sehr, sehr schön, weil ich jetzt mittlerweile, da kommen wir ja später zu, den Hauptschwerpunkt in den Kanzleien, wo ich jetzt arbeite, sind die im E-Commerce verhaftet und ein bisschen Wald und Wiese tut einfach gut, weil ich halt gerne auch ein bisschen das klassische Steuerrecht und gerade auch so ein bisschen Vermögensnachfolge und so in den Geschichten und das sind halt, wie gesagt, das ist so meine kleine Kolchose, die ich so habe und dann kann man noch mal so ein Herbstfest machen und dann lädt man die alle ein und dann geht man dann mal auf den Kiez vielleicht in meine Lieblingscocktailbar. Das ist welche? Der Chuck Club. Der Chuck Club, ja? Ja, ja, ja und wie gesagt, das ist selten auch so viel Leidenschaft für Agavenbrände gesehen und das haben sie jetzt ein bisschen eingestampft, aber das war, das Konzept hat mich auch von, ich habe damals auch meinen 40. Geburtstag da drin gefeiert, weil die damals immer, die haben ja diese Chucks entworfen, das sind so Mini-Cocktails, weil die Inhaberin Betty gesagt hatte, dass man sonst noch zwei, drei Cocktails, dann kann man gar nicht diese Vielfalt so trinken. Man hat es mächtig auch abgefüllt, ne? Ja, eben und so und deswegen haben sie dann immer so fünf kleine gehabt mit einem Zwischenbier, das war damals immer ein Meister, das haben sie glaube ich in einer anderen Brauerei an Land gezogen und dann gab es immer so drei so eine Chuck Flights, die wurden dann auch immer richtig toll präsentiert und das war unschlagbar günstig. Du hast 20 Euro bezahlt, hast dieses Menü gekriegt und dann wusstest du, wer von den fünf dein Favorite ist und dann und so weiter und das ist einfach super und die haben auch sofort nach dem ersten Jahr gleich Preise new und so weiter und jetzt haben die tatsächlich, die haben durch Corona tatsächlich sehr zu campen gehabt, weil die in jedem Reiseführer mittlerweile auch sind und dadurch auch natürlich viele ausländische in Hamburg ist ja doch Touri und Musical Event Hochburg und da war es natürlich, aber wie gesagt, das ist so, wenn ich dann mal auf dem Kiez noch Zeit finde, auf dem Kiez zu gehen oder also dann gehe ich dann da hin. Ja, cool. Ja, wir haben jetzt E-Commerce angesprochen, du bist von Burte Heidenreich gewechselt zu auch einem Kollegen, den ich kenne und das ist ja auch eine irre Story, der Holger Petersen, die Kanzlei irgendwo in Schleswig-Holstein, den ganzen Laden vertickt und dann in Hamburg nochmal, du weißt es besser, ich habe ihn mal bei zwei, drei Veranstaltungen kennengelernt und dann einfach gesagt, ich mache mal E-Commerce in Hamburg auf und rennt ganz gut, also wenn man sich in dem Bereich spezialisiert oder kann ganz gut rennen. Ja, das ist, ja, das ist, da können wir, also da mache ich ja, ich bin ja nun nicht mehr bei TaxFB, ich bin ja jetzt bei Christian, aber da kann man schon auch Comedy-Touren drüber machen, weil das ist, da ist die ganze Facette, die unser Beruf so ausmacht, also tolle Geschäftsmodelle, kluge Ideen, schlaue Menschen, aber auch Unbedarftheit, Unwissen und halt, ja, und zu Holger, ja, Holger hat mir, hat dann ja, weil er halt sehr schnell Erfolg hatte und so weiter und dann gemerkt hatte, dass er halt nochmal ein paar Berater bräuchte und so weiter und so und ich habe mich bei Bude Heinreich so wohl gefühlt, ich wäre dann Rente gegangen, aber ich wollte mich halt auch als Steuerberater nochmal ein bisschen ausprobieren und halt gerade der Bereich mit E-Commerce und Spezialisierung auf Umsatzsteuer und ein bisschen international hat mich halt sehr gereizt und deswegen Holger hat mir die Chance gegeben bei Taxfba Fuß zu fassen, habe den E-Commerce kennengelernt und dafür bin ich noch, werde ich ihm mein Leben lang auch dankbar sein, weil ich dadurch auch so viele neue nette Menschen und Erfahrungen auch machen durfte und ja und dann haben wir halt aber dann festgestellt, dass wir da nicht wirklich hundertprozentig übereinstimmen und dann haben wir uns dann halt einvernehmig mehr oder weniger getrennt und dann habe ich halt jetzt mein neues Herzblatt, den Christian aus Oberhausen, kennengelernt und das ist halt tatsächlich und das muss ich dir ja nicht erzählen, als Schenefelder ist es natürlich ein bisschen was anderes, als wenn man davon nicht vom Deich kommt, das sage ich immer zu meiner Frau, um das nochmal kurz einzustreuen, den größeren Liebesbeweis als mit Pinneberger Kennzeichen als Hamburger durch die Gegend kann man einer Frau eigentlich nicht erbringen und das ist jetzt der Punkt, aber nach Oberhausen geht da eigentlich kein Hamburger freiwillig, also das ist tatsächlich schwierig. Ja, Oberhausen ist ja für mich eher bekannt durch das Zentro, dieses riesige Einkaufszentrum und ja Christian, wenn du den Talk hörst, Christian Deak ist das, einer auch der, ja glaube ich, versiertesten E-Commerce-Steuerberater in Deutschland und innovativ und ja, ich glaube, der hat Vorreiterdenken in dem Bereich, das ist schon sehr interessant. Du bist ja ganz frisch jetzt bei Christian eingestiegen, ne? Ja, also genau, ich bin jetzt seit dem ersten offiziell an Bord, bin da jetzt fachliche Leiter, also bin dann da sozusagen für, ja letztlich für die Qualität verantwortlich, dass die Prozesse stimmen und das ist halt das Problem beim E-Commerce, weil du musst am Anfang sauber sein bei der Mandatsaufnahme und da kannst du so viel falsch machen und das ist halt schwierig und du übernimmst vielleicht falsche Schnittstellen, falsche Setups und überprüft es nicht und dadurch, dass es einfach eine Masse an Daten ist, ich meine, du hast ja auch ein bis drei und drei und wenn du dann durch 30.000 Einzeltransaktionen pro Monat flügen musst, ist es halt schwierig und dann haben wir nach das Problem, das ist nicht falsch zu verstehen, aber dass dann auch durch diese Automation eine gewisse Technikgläubigkeit entstanden ist, die im Team erstmal wieder auszuschleifen ist, wenn das nämlich, weil, und dann, das wird einfach nicht mehr kontrolliert, es wird als gegeben und richtig angenommen und das ist halt ein bisschen schwierig, wenn das so vorher falsch eingestellt worden ist und das ist halt genau mein Job, da wieder Bewusstsein ein bisschen wieder, wieder die Zahlen mehr in den Vordergrund zu rücken und die Geschichten und ja und es macht total Spaß, weil es halt auch so viele spannende Fragestellungen sind ja, ob es jetzt Kryptos sind oder sonstige Geschichten oder digitales Nomadentum, das ist dann halt und das ist halt wirklich schön und das sind spannende Fragen, es sind clevere Geschäftsmodelle, aber sie haben halt letztlich mit jemandem zu tun, dem sie ja mal vorbeigehen und das ist halt Amazon und sie sind da in der Zwischenebene und Amazon interessiert vielleicht, ob ihr Inhaber da nochmal irgendwann auf dem Mars wohnen darf und am Ende dann die Kunden, aber die Händler sind ganz arme in Anführungsstrichen Leute oder sie geben Heidengeld aus, dann haben sie vielleicht mal einen direkten Ansprechpartner und von daher kann man eigentlich dann sich auch immer lieber auf die eigenen Shops konzentrieren, dann macht man dann mehr Marge, bei Amazon diktiert einem ja nicht nur die Lagerkontingente, sondern auch die Absatzmärkte und so weiter, aber gut, Amazon kopiert jetzt nicht mehr so viel wie früher, da haben sie auch erfolgreiche Produkte kopiert und so und ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Betätigungsfeld, aber es ist auch sehr, sehr anstrengend, weil es ist einfach unfassbar schnell und wir leben ja sowieso in einer Zeit, wo so viele Informationen auf einen reinrasseln und die sind halt gewohnt, das alles mit einem Mausklick zu funktionieren und ja, den Steuerberater kannst du nicht wegklicken oder schneller klicken oder so weiter oder wenn ich auch in unsere 80er Jahre Computer spiele, wo du dann immer versuchst, den Joystick zu rütteln Oh, ich kenne das, wir haben uns geholt, da muss ich mal kurz eingreifen, wir waren immer mit Jungs nach Trinemark gefahren, Haus gebucht, viel Bier getrunken und da kommt ein Freund von mir an und da hat auch einen Flurmarkt gekauft und ich habe Atari gekauft mit Decathlon und dann den Joystick und dann haben wir da Decathlon gespielt und wir hatten echt die Handtellerwund, wir hatten die Handtellerwund von diesem Joystick, 1000 Meter Lauf und das war, also das sind schon Zeiten gewesen, die waren schon Hardcore-Computerspiele mäßig. Ja, ich kenne das auch noch, dann hat man den ja auch auf die Seite gelegt und dann hast du sie so gemacht und dann sind die Dinge abgebrochen. Ja, genau. Wir haben Handtellerwund um die Handtellerwund, also echt unglaublich. Ja, genau das ist aber genau der Punkt. Aber jetzt noch mal ganz ehrlich, jetzt sitzt hier echt so ein E-Commerce-Experte und ich habe da zwei Fragen an dich und die kannst du mal in die Welt raustragen vielleicht hier. erste Frage für die Welt draußen, was würdest du einem jungen Unternehmer empfehlen, der sich ein Produkt überlegt und sagt, ich gründe jetzt ein E-Commerce-Unternehmen, fange ganz klein an und wir wissen, das kann ganz schnell nach ganz oben gehen, das skaliert manchmal sogar ein paar Wochen nach oben. Was würdest du dem empfehlen in Sicht auf Steuerberater-Suche oder generell, wie ich da umgehe als junger Unternehmer? Was ich jetzt dem Unternehmer empfehlen wie den richtigen Steuerberater empfiehlt, also als erstes fängt es ja schon an, bevor er überhaupt sollte sich schon einen Gedanken machen, wo er hin will und was er vor hat, weil das ist ja das Aberwitzige in der Branche und ich komme gleich dann auch auf die richtige Antwort, die gründen Einzelunternehmen und wollen dann aber ein halbes Jahr später wollen sie schon eine komplette Holding-Struktur haben. Und dann musst du da ja schon Tricksen und sonstige Geschichten machen. Und das ist das, was ich meine, mit Unbedarf. Dann hast du aber auch Leute, die buchen sich ein Amazon-Coaching, ich weiß jetzt nicht drauf, wie die Firma heißt, dann rufen sie dich an und suchen einen Steuerberater, weil sie sagen, du brauchst unbedingt einen Steuerberater. Und dann frage ich, habt ihr denn schon ein Produkt? Ne, aber wir sollen uns einen Steuerberater suchen. Also das muss Hand in Hand gehen und ich meine, wenn sie ja, das soll auch gar nicht despektierlich klingen, wenn sie dann ja was können, ist es sich ja im Internet zurechtfinden und so weiter und so fort. Und am Ende ist es so, sie brauchen ein gutes Gefühl bei dem Steuerberater. Und dann geht es natürlich so, die müssen natürlich E-Commerce können, aber das ist ja dank all den Tools, die es auf dem Markt geht, auch für all den Berufsstand, jetzt kein Hexenwerk, das kann ich ja noch mal anteasern. Ich gebe ja auch Kollegen-Seminare mit der DATEV. Und von daher, das werde ich dann, ich habe mich von dem großartigen Arne Töter übernommen. Liebe Grüße an Arne, den kennst du ja auch. Ja, Arne ist großartig und ich habe auch das eine oder andere Seminar, Arne, liebe Grüße an dich, besucht, über Amazon und Co. Und das hat mich wirklich auch fachlich richtig weitergebracht, aber nicht nur fachlich, sondern auch vom Mindset, das zu verstehen, was dahinter steht. Und das ist ja das Problem, glaube ich, auch für uns Kollegen, zu begreifen, was passiert da eigentlich, weil das ist ja eben nicht nur eine klassische Buchhaltung. Nee, das ist aber auch kein Hexenwerk. Und wenn man sich denn richtig damit auseinandersetzt, ich meine, was da einem so ranprasselt, dass sie versuchen, Zahlungsberichte, oder das Witzigste ist, da muss ich an Armin denken, weil der hat das bei der KZV früher auch mal gemacht, so verkürzt, einfach nur die Einnahmen gebucht, also an die Ausgaben nicht verrechnet. Und das kann man natürlich auch bei Amazon-Belegen machen. Da kommt ja immer ein Betrag, dass da Gelder einbehalten werden und keiner weiß, was Amazon einbehält. Ja, ja, genau. Das ist halt der Punkt. Aber das ist halt auch das Schöne an diesem Kollegen-Forum, dass Arne hat da wirklich den Spirit, dass es eher so einen Workshop-Charakter hat. Und dass es von Kollegen für Kollegen ist und dass die letztlich das Seminar bestimmen. Und das ist genau das, was ich weiterleben will. Und deswegen lohnt es sich, das auch mehrmals zu besuchen, weil der E-Commerce sich so schnell und diese Tools entwickelt, dass man das dann halt eher so als, na, Happy Ding ist zu viel gesagt, das ist immer noch steuern, ne, und so weiter, das ist auch noch zu trocken dafür. Aber, dass du da dann halt einfach mit deinen Fragen hängen kannst und dann individuell die Fälle abarbeiten kannst. Und das hat mir ja sehr gut auch an den Geschichten bei Arne gefallen. Und am Ende ist es halt so, man muss den Steuerberater nachgucken, ob der auch über Bock auf einen hat. Weil das ist ja das Erste, ne, einige Steuerberater nehmen das dann Zähneknirschen hin, weil halt Gegenstandswerte super ist und so weiter und so fort. Und sie müssen gucken. Und es gibt jetzt, also es gibt, ja, also meine, wie viele werden das sein? 15 bis 30 definitiv, die fast nur auf E-Commerce spezialisiert sind. Aber mit den Lösungen, die da am Markt sind, können das also eigentlich auch mittlerweile ganz, ganz viele Kanzleien. und es kommt auch drauf an. Also und als junger Unternehmer ist es aber schon mal wichtig, sie überhaupt einen Steuerberater zu suchen, weil das machen die einige nicht. Die meisten Fälle, die wir so haben, machen dann erstmal mit LexOffice alleine, haben dann die erste Umsatzsteuer-Sonderprüfung und dann denken sie, oh, ich muss doch mal vielleicht und so weiter und so fort. Und alleine, wenn sie sich damit beschäftigen, dass sie überhaupt ein Steuerthema haben und sie haben sehr viele Steuerthemen, wenn sie ein bisschen unbedarft sind. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass man einfach mal so im Seller Central auf FBA klickt und dann nochmal ein Lager in Polen und Tschechien aktiviert, das Unbedarf macht. Das sollte eigentlich jetzt da draußen angekommen sein. Aber dass man da dann halt ganz viele umsatzsteuerliche Sachverhalte verwirklicht und Amazon halt alles macht, wie Amazon es halt macht. Und ja, das ist der wesentliche Punkt, dass sie sich steuerlich im Ausland registrieren, bevor sie diese Lagerleistung buchen und sich Gedanken machen, ob man nicht eventuell mit eigenen Lägern, eigenen Geschäftsmodellen und eigenen Shops vielleicht auch eine größere Marge macht, die an weniger Stress mit irgendeinem Menschen oder einem Großkonzern beschert, die einem da dann ein bisschen verhungern lassen. Und das ist halt, das kann Existenzen bedrohen. Kein Steuerberater zu haben kann auch Existenzen bedrohen in dem Bereich. Ja. Weil, ja, das erlebst du auch, egal was, gerade in unserem Bundesland beim Finanzamt Pinneberg habe ich das jetzt vor kurzem gerade erlebt, es wäre ein Steuerstrafverfahren eigentlich für mich wegen Nichtigkeiten eingeleitet mittlerweile. Und wenn man da mal unbedarft einfach mal sagt, oh, ich habe mal nur 2000 Euro gemeldet, aber ich habe eigentlich gefühlt, muss ich 10 bis 12 Sammler davor melde und schon kriegst du Post. Und da sind sie halt ein bisschen mehr hinterher. Und ein gewisses Risiko bewusst, sondern einfach sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und was ich halt sehr bewundernswert finde, ist auch mit welcher Unbedarftheit man mal Marktplätze in Amerika so erschließt, Leute. Ich habe ja bei TextFW sehr, sehr viele Erstgespräche führen dürfen. Das ist ja ein Quell der Freude, was ich sagte, mit Unbedarftheit. Ja, nö, also, ja, mein Mann macht jetzt, ja, der verkauft einfach so direkt. Und dann haben sie sich schon mal, nö, nö, das ist ja hier zu versteuern. Und ich so, ja, gut. Und sind sie sicher? Ich so, ne? Und so, ja, das habe ich gegoogelt. Und dann ist gut, Google, Dr. Google sagt, ist richtig. Ja, ja, genau. Und dann ist es halt auch so, die Frau mit dem hatte ganz klassische Revers-Charge-Leistungen. War nicht steuerbar in Deutschland. Waren keine kleinen Unternehmer, also Umsätze, war aber nicht steuerbar in Deutschland. Aber das hat sie nicht verstanden. Und dann fing sie an und so weiter. Aber ich brauche ja auch nicht mit Leuten, genau diese, für sie war es Brutto wie Netto. Ja, ja. Also, und wir sind auch nicht zusammengekommen. Dann musste ich sie nicht klären. Und sie war auch im kleinen Bereich unterwegs, dass man das alles so abwickeln kann. Aber da musst du dann auch so viel Überzeugungsarbeit leisten, weil sie ja, ein Internet ist ja Fluch und Segen zugleich. Also von daher, klar, vor allem Google, weil es gibt ja auch eine gewisse Google-Glaublichkeit. Und das Problem ist auch, es sind einfach gewisse Menschen in einer Google-Blase, weil sie immer das Gleiche suchen. Und dann kriegst du auch nur die Information. Und man muss den Algorithmus dahinter. Ich will nicht behaupten, dass ich den Algorithmus von Google verstehe, aber ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt, auch mit Geschäftspartnern, im Bereich SEO-Marketing zum Beispiel, auch ganz unwichtig ist für einen Steuerberater, wenn wir ja bundesweit aufgestellt sein sollen oder wollen, dass man sich so ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt. Und dann ist das schon sehr interessant, in welchen Blasen man auftaucht und nicht auftaucht. Und da schließt eigentlich genau die zweite Frage an. Was würdest du eigentlich einem Jungen oder egal, was würdest du einem Kollegen raten, der überhaupt nichts mit E-Commerce zu tun hat und jetzt das erste Mal damit konfrontiert wird? Soll er sagen, ich gehe zu TaxSBA oder ich gehe zu Christian Deak oder zu einer anderen Kanzlei, die da sich spezialisiert drauf hat, wie jetzt, ich sag mal, jetzt kommt mir ein Schenefelder Landwirt an, den nehme ich nicht an, ich habe keine Ahnung von Landungsforstwirtschaft. Das ist für mich ein ganz klares Ding, da will ich auch mal nicht reinarbeiten. Würdest du sagen, soll man sich einen der renommierten Kanzleien in Deutschland suchen oder soll man als Steuerberater eher sagen, also ich arbeite mich in das Thema ein, das sind Stützstellen, das kann ich hinbekommen? Was ist deine Meinung dazu? Also ich würde, ich bin ja so ein Mensch, ich würde mich ja einarbeiten wollen, weil ich halt auch dann die Neugierde hätte und gerade die jungen Kollegen und das muss man ja mal jetzt auch in Betracht ziehen, sagen wir, man möchte allgemein nicht mit Händlern zusammenarbeiten. Also jetzt jeder Sanitärfachhandel hat noch einen Onlineshop mittlerweile und das sind dann vielleicht kleinere Schnittstellen und so weiter und von daher würde ich mir, also das Schöne ist, wir bei der DAW bieten ja sozusagen auch Kollegenschulungen an, allerdings mehr mit den digitalen Kanzleigeschichten, aber ich würde mich mit dem Thema auseinandersetzen, weil es ist ja so, also das wurde mir immer so gesagt, dass der Steuerberater an unserer Ausbildung, die wir damals genossen haben, dann ja eigentlich so sein soll, dass wir immer gelernt haben, dass wir uns in jede Thema einarbeiten sollten und wenn wir das nicht machen wollen, sollten wir aber auch so ehrlich sein und ihn an einen Kollegen weiterverweisen. Also muss man sich für meine Meinung auch erstmal damit auseinandersetzen, ob er zukünftig im Onlinehandel tätig sein will, dann muss man sich auch ein bisschen damit auseinandersetzen, weil die Klientel einfach eine gewisse Erwartungshaltung hat, weil es einfach, die sind gewohnt, schnell bedient zu werden und so eine Geschichte und so fort. Da muss man sehr viel Kommunikation leisten, damit wir das Verständnis für die eigene Arbeit wecken, weil es ist, und das weißt du ja auch, der diese Mandate betreut, es ist noch nicht vollautomatisiert. Du hast ja gerade erzählt, dass du da hinten schon deine Order-IDs so sauber ausziffern lässt, aber das ist, in der Praxis halt noch nicht so, die Zahlungsdatenservice von Texto sind noch nicht fertig, DATEV hatte ich auch noch nicht drin, die kommen alle, wir warten alle drauf, es wird endlich bald Stripe bei der DATEV angebunden und dann wird es alles leichter, aber die Welt da draußen im Onlinehandel denkt, das ist alles vollautomatisiert, das heißt, sie laden da was hoch, sind die Schnittstellen angebunden, aber das klassische Follow the Money, das ja immer wichtig ist, um auch allgemein die Umsätze zu plausibilisieren, weil am Ende hast du das Geld da und das muss man dann auch unseren Mitarbeitern immer, wo ist denn das Geld überhaupt, Amazon wählt das und das ein und dann kannst du dann ein bisschen gucken, aber das ist das Problem und dann der Kollege muss sich dann diese Fragen stellen und er sagt, es macht Spaß, weil sie sind sehr, sehr pfiffig, die meisten, und sind aber auch sehr fordernd und dann bist du gezwungen und das wollen wir ja auch alle, Text-Tag wird uns alle, gut, wir beide kommen noch glücklich wahrscheinlich sogar noch mit analogen Buchhaltungen in die Rente, wollen wir ja nicht. Wollen wir nicht, also ich habe gar keinen analogen Buchhaltung. Nein, nein. Aber ich weiß, was du meinst. Also wir könnten noch als Boutique-Leistung sagen, ich nehme deinen Ordner, ich komme noch vorbei, das noch unterschreiben, ich scanne für dich, das kriegst du noch hin, aber gerade als junger Kollege muss man sich dem ja nun mal öffnen oder ist man ja auch allgemein immer. Und das ist ja auch der Punkt, was ich ja auch immer so an dem Einzelkämpfer sehr charmant finde. Heutzutage ist der Einzelkämpfer halt wieder durch die Automation durchaus möglich, dass du sagst, ich leiste mir noch jemanden, so wie Starbüro, der macht die Telefonarbeiten, habt ihr noch eine Lohnbuchhalterin, die braucht man wahrscheinlich immer. Und den Rest macht dann ja ein bisschen die Schnittstelle und so weiter und ein bisschen buchen und so weiter. Da bist du ja immer der Experte mit deinem Unternehmen online bis zur Perfektion treiben und so. Und das geht alles. Und deswegen muss man sich einfach nur fragen, ob man da Bock drauf hat. Und man hat sehr viel Spaß damit, aber muss sich auch daran gewöhnen, dass die gewohnt sind, schnell bedient zu werden und dann muss man halt oder mal abgeholt werden. Wenn man das Verständnis schafft, dann ist alles gut. Ja, ich denke mal, das größte Problem ist ja auch in dem Bereich, du sprichst ja die Schnelllebigkeit an und die haben wir ja nicht nur im Steuerrecht und im E-Commerce, die haben wir ja generell als Schnelllebigkeit. Wie schnell verdoppelt sich das Wissen der Menschheit. Ich habe mal irgendwo gelesen, alle zehn Monate, verdoppelt sich heutzutage das Wissen der Menschheit. Im Jahr 500 war das alle 500 Jahre. Da war das alles ein bisschen smoother. Aber das ist ja auch gerade die Herausforderung. Und du hattest es vorhin im Vorgespräch auch gesagt, das ist halt auch anstrengend. Es geht alles schnell, 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 schnell und ich merke das auch, ich habe jetzt hier seit 10. Januar drei Wochen hinter mir die 70% in Teams stattgefunden haben. Und man muss sich dann auch da seine Arbeitsprozesse neu definieren. Also allein die logistischen, wie lange stehe ich, wie lange sitze ich, habe ich überhaupt einen Schreibtisch, den ich hochfahren kann. Kann ich jedem Kollegen nur empfehlen, das anzuschaffen, auch für alle Mitarbeiter. Das ist eine sehr sinnvolle Sache. Das sind ja alles komplett andere Arbeitszeiten. Und man denke mal, jetzt hat er da 70% der Arbeitszeit rumgelabert und zugehört. Aber ich muss ganz ehrlich für mich sagen, ich bin dann auch platt nach 5 Stunden. Und wenn wir unsere 5 Stunden hier leben, das ist echt getaktet. Und wenn du dennoch einen E-Commerce-Handel hast, dann wirst du noch mal schneller getaktet. Und das ist ja eine Sache, das muss ich auch bewusst wollen als Steuerberater. Und das ist, glaube ich, der Punkt, das wollte ich eigentlich rauskitzeln bei dir. Zu hören, mach es nicht, wie bei Land- und Forstwirtschaft, geh in eine Buchstelle oder sag, ja klar, du kannst jederzeit arbeiten, kannst auch gutes Geld mitverdienen, aber du musst dir bewusst sein, was du damit heraufbeschwörst. Ja, und das ist halt der Punkt, sie sind halt auch sehr schnell mit Anwälten, Kammerbeschwerden und sonstigen Geschichten, weil sie ergoogeln sich alles und dann, wie kann ich denn, und das ist nun mal auch in der Schnelllebigkeit weiter Zeit und all dem so, dass durch die Masse, was ich sagte, da kann auch mal was schieflaufen, eine falsch angebundene Schnittstelle, aus Versehen, einen Shop doppelt angebunden, gar nicht angebunden, da muss man halt sauber sein und dann hast du auf einmal riesen Chaos und so weiter, teilweise durch die zwei Jahre LexOffice mit Excel-Abschlüssen selbst verursacht, die erste Prüfung kommt, dass du zwei Jahre selber verwurstet und das kann auch schon mal ganz schön böse werden und wir wissen selber, das macht unser Berufsstand nicht bewusst, da gibt es auch und auch diese Kollegialität finde ich immer noch sehr schön, die es sich immer noch gibt, aber es kann halt immer mal passieren und da muss man sich auch, ob man sich dem denn aussetzen kann, wenn ich jetzt lukrative Steuerberater bin, der nur noch seine Schönheitschirurgen und die ganzen Ärzte hat und Botox-spritzende Zahnärzte machen auch glücklich und brauchen den Kühlschrank voll, aber da muss man halt gucken und aber wie gesagt, wenn man da Bock drauf hat, dann kann es Spaß machen und es ist vor allem nicht so kompliziert, wie getan wird. Es ist nur traurig, wie unbedarft manche Kollegen das alles mitnehmen und dann halt sagen, dass es am Rand mitgeht und dann setzen sie ihre Kolleginnen oder die Angestellten ran und mach mal und das ist halt tatsächlich eine Entscheidung und aber es wird immer besser und ich bin ja gesagt, auch eh immer schon mit dem Vorsystem schön gewesen, ich habe ja mit Schnittstellen und so weiter, ich bin ja eh schon, also ich habe früher Logistikfirmen, dann auch Buchhaltung selber gemacht und die haben halt und da ist es ja Cargosoft, die haben ja da arbeitest du ja schon mit Schnittstellen, ne? Ja, eben und auch die Werbeagenturen haben ja ihre ganzen Tools, weil die alle ihre Kapazitäten planen und da haben wir auch schon immer und dann ging auch, dann ging nicht nur die Eingangs-, die Ausgangsrechnungsseite rein, da ging auch schon die Ausgangsrechnungsseite, waren beide Seiten drin und dann ist es halt so, wenn du da, dann musstest du vor Ort, dann müssen wir zwei, drei Belegschulungen machen, ist auch noch lukrativer, theoretisch. Schulungsstunden ist immer teurer zu verkaufen als eine Buchhaltungsstunde und dann greifst du da die Schnittstellen ab und dann hast du da auch schon sauberes Arbeiten. Es ist ja nicht so, dass das so modern und neu ist, das machen wir schon ziemlich lange, bloß ich habe damals schon aus e.V. d.V. Dateien gemacht und solche Geschichten und so und das ging damals schon, das ist jetzt und das ist halt auch der große Punkt, wenn du das erstmal begriffen hast mit diesen aggregierten Datenmengen, dann kannst du dich auch gerade, wo es die TSE geht, auch wieder ans Bargeldgeschäft trauen, bin ich fest von überzeugt und dann sind wir ja auch bei dem Thema Einzelhandel mit einem Online-Shop und dann musst du eh beides kombinieren. Also von daher sind da sehr viele Chancen und Risiken sind immer da, aber Risiken müssen wir eh immer ausklären. Ja, es ist einfach so und das ist ja, wir kommen so langsam hier zum Ende unserer E-Commerce-Storyline, wir haben Mandanten gehabt, wo Paypal noch nicht an Dativ angebunden war, haben wir dann irgendwann mal festgestellt, dass da Mandant bei Paypal 100.000 Euro liegen hat und die Umsätze waren gar nicht versteuert. Danke. Ja, dann hast du irgendwie andere Scheißprobleme auf einmal und das sind so die Dinge, weil es einfach so schnell ist, dass einfach was an dir vorbeiläuft, was der Unternehmer nicht auf der Pfanne hat, was der Steuerberater gar nicht weiß und dann haben wir irgendwo eine andere Problematik mit der Landesfinanzbehörde. Ja, das stimmt, aber das ist der gute Punkt, gut, dass du das nochmal reinschmeißt. Der Unternehmer, das ist das Wichtigste, guckt euch eure Mandanten genau an und da würde ich also, vom E-Commerce-Storyline, da sollte man keine Angst haben, aber man muss schon genau gucken, wen man betreut und ob der Mitarbeiter, weil ohne die Mitarbeit seiner E-Commerce-Ler, Online-Händler und so weiter, genau solche Geschichten, die machen ja Marktplätze auf, neue Shops und so weiter und haben dann auf einmal noch, auf einmal verkaufen sie dann noch E-Books oder so eine Geschichte, weil sie dann auch noch Bastelanleitungen für sich entdeckt haben. Und dann genau der Punkt und dass du dann genau weißt, wo sind denn meine Sales-Channel, wo ist mein Payment-Channel, wo ist das alles und so weiter. Und da muss man auch genau das Team darauf drillen, sobald da irgendwie mal irgendwas mit Etsy-Payment oder Shopify-Payment auftaucht, sofort ruf deinen Mandanten an, weil das sind alles genau die Punkte, dass du dann auch einmal, einfach mal so eine halbe Million irgendwo liegen lässt, das habe ich ja schon höher gesehen und dann so ein Mensch, der sagt, er ist Kleinunternehmer und dann skaliert er mal von 20.000 auf 2 Millionen und dann wird ihm ganz schlecht. Weil er dann, der weiß es selber, aber traut sich dann nicht, einen Steuerberater anzurufen. Und wie gesagt, das ist, man hat da so, und das ist das Schöne an der schnellliebenden Zeit, man sammelt ja auch schnelle Erfahrungen. Also, und das Jahr bei TaxFB hat sich für mich angefühlt wie fast zwei Jahre, so, und so durch das Tempo und auch, gut, ich habe da auch ein bisschen mehr gearbeitet manchmal, aber wie gesagt, das war eine sehr lehrreiche, erfahrungsreiche Zeit und ich habe, wie bei allen meinen Stationen, wie überall viele liebe Menschen kennengelernt und das ist toll. Und jetzt bin ich halt in Oberhausen und das Schöne ist an der Zeit, dass wir, und das ist das Schöne, wir können überall und nirgends arbeiten. Das ist doch ein super Schlusswatz. Ganz klasse, finde ich es super spannend, das schreit nach einer Vertiefungsrunde für Steuerberater in E-Commerce-Handel und ich glaube, du wirst dein Profil dann noch weiter schärfen. Dennis, ich bedanke mich ganz toll, dass du heute hier warst. Ganz großartig, es hat mir riesig, riesig Spaß gebracht, über E-Commerce und diese ganzen Tücken und Finessen zu sprechen. Vielen Dank, dass du da warst. Immer gerne und wenn du mal einen Gast brauchst und keiner kommt, ich komme mal 500 Meter wieder rumgelaufen. Ja, genau. Du machst mir das. Ja, liebe Leute, das war's für heute. Wir haben heute viel gelernt über E-Commerce. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ja, besucht den DATEV Amazon & Co. Fortbildungskurse mit dem lieben Dennis und ich glaube, ihr könnt da zumindest euch ein bisschen eine Meinung bilden. Ist das was für euch? Ist das nichts für euch? Und wenn es nichts für euch ist, dann wendet euch einfach an die entsprechenden Kollegen, die das können. Von daher seid gespannt, was da kommt. Bis dann. Ciao.